Herzlich Willkommen bei der außergewöhnlichen Street Photography bei Duxon. Wir sind heute in Bremen. Erfolg bedeutet, anderen Menschen Mehrwert schenken. Wir nehmen das, was wir können. Und beschenken es anderen. Beschenken Freude. Alles gut. Komm. Schaut gut aus. Ich habe eine gute Schock. Also hiermit mache ich immer die, ähm, hiermit mache ich dieses Video. Und mit der, in der rechten Hand mache ich die Foto. Schaut ruhig zu mir. Sehr schön. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Perfekt. Und schaut einfach ein bisschen in die Richtung. Stellt euch vor, da kommen gerade eure Traummänner vorbei. Und ich komme auch einmal von dieser Seite. Ich komme auch einmal von dieser Seite. Das ist eine Schiffe. Das ist eine Schiffe. Das ist gut. Sieht sehr gut aus. So. Ich gehe nochmal ein Stück weiter weg. Ihr könnt auch so die Hand in die Hüfte nehmen. Ach, das geht rein. Ich will sie hier rein. Und, ähm, du kannst sonst auch nochmal die Mütze abnehmen. Okay. So. So. Dankeschön. Und schaut doch mal beide einfach so in die Richtung. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht auch einmal von jedem Einzel. Du kannst auch nochmal einfach in die Richtung schauen. Das ist ein Schiff vom Publikum. Ja. Und einmal. Danke. Genau. Schau einfach zu mir. Sehr schön. Und auch nochmal einfach so ein bisschen zum Domen. Okay. Und vielleicht noch einmal mit, ähm, mit Brille. Ich, ich gebe dir einmal die. Kannst du einfach so halten. Guck mal, wo die steht. Wir stehen immer nur mit Kaffee. Und zwar, genau, das ist deine. Ich habe, ähm, eine in Blau, eine in Gold dabei. Ach, die Teile. Die sind klein. Weil dann ziehe ich immer so traurig aus. Dann nehme ich in, welche Farbe ist die? Die andere ist Gold. Ja, nehme ich. Ja? Ja. Ja. Guti, guti. Toll ja. Guti, guti. Guti, guti. Guti, guti. Guti, guti. Ich nehme dir, ich nehme dir die wieder ab. Oh ja, ich mache nochmal eins von dir einzeln. Sieht ganz cool aus gerade so. Einmal. Ist schön mit den Haaren, so ein bisschen durch den, ähm. Und, schauen wir mal, wie ich noch einmal von dir so. So, und beide nochmal zusammen. Vielleicht sogar noch einmal hier an dem Baum, ich guck mal eben, wenn ihr euch einfach hier hinstellt, ähm, genau so. Und ich knippse mal so ein bisschen durch den, durch den Baum durch. Schaut nochmal ein bisschen, einfach so die Richtung. Genau, so. Guck mal, das ist so. Und noch einmal von hier. Und schaut nochmal nach da. Ja, genau. Sehr schön. So. Okay, ich kann auch mal eins einzeln machen, äh, hier an dieser, kommst du ruhig mal. Vielleicht, du kannst dich einfach hier anlehnen. Ja, ja, genau. Sehr schön. Schau ruhig deine, deine Freundin an. Und einmal zu Apollo rüberschauen. Sehr schön. Und einmal von, von dir auch. Du kannst dich auch hier einfach anlehnen. Ja. Mit so einem Roller. Ja, bestimmt. Und schaut euch auch beide einmal an. Sehr schön. Und einmal mit so einem Roller. Ja. Ja. Okay, das reicht schon. Und einmal mit so einem Roller. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.